Hallo zusammen, ich bin Lukas Gaffner, ich mache die Lehre als Anlagenführer hier bei Nestle AG in Konofingen. Ich bin im zweiten Lehrjahr und ich würde euch heute mal einen kleinen Ausschnitt aus meinem Arbeitsalltag zeigen. Momentan arbeite ich am Füller, wie es der Name schon sagt, füllt der das Pulver in die Dose ab. Ich bin hier, um zu kontrollieren, ob alles rund und nach dem Standard läuft. Mein Anschlag an dich aus meiner persönlichen Erfahrung ist, gehe so viel schnuppern, wie es nur geht, fahre frühzeitig zu suchen und nehme die Lehrstelle Suche nicht so easy. Das Coole an meinem Beruf ist, dass es kein Tag gleich ist wie der andere. Ausserdem gefällt es mir mega, wenn alle Maschinen laufen. Das ist echt ein super Gefühl. Hier bin ich gerade im Labor und bei einer Tablette, die ich für die Kontrolle der Produkte brauche. Du kannst dir sicher vorstellen, dass wir für die Qualität unserer Babynahrung alles geben. Das ist nicht nur Pflicht, sondern liegt uns auch am Herzen. Wenn ihr euch interessiert für die Lehrstelle als Anlageführer oder Anlageführerin, würden wir uns sehr freuen über eure Bewerbung. Tschüss zusammen! Ciao, bis zum nächsten Mal! Jasen-Kexam. Bis zum nächsten Mal! ARD Textby DM Synris Vielen Dank.